servus und herzlich willkommen zu einer weiteren zur zweiten folge jetzt auf der ganz ding heute geht es mal ans gülle fahren auf die anderen drei wiesen die ich habe also auf wiese 14 15 und 6 hätte das sein bin mir jetzt nicht sicher ob wiese 3 oder wiese 3 wiese 12 keine ahnung irgendeine davor habe ich auf jeden fall schon gestrickt ich brauche ja ja das ist super intelligent wenn man es fast nicht vorher macht der von klare umkehren doch einmal rückwärts aber mal schauen ob es diesmal schafft im letzten aufnahme versucht da hat die recht probleme weil das fassen kann und das hebt irgendwer so die hinterachs vom steirer auf und das ist nicht sofort weil der der ist mir dann in jeder kurven davor trifft sagen wir mal vorher hier vielleicht nutzt man ist er voll das war erst der gang eine ich weiß in der ausland sich dass sie sich wenn die hinterachs hoch geht man schule zeigen wenn er hinten rum käme ist der bullock doch ob da schon wieder aber gut hier wird erster minu die wiesen der direkt am hoch da sollte das noch gehen bei die längeren transport wege mal hätte dann aufpassen so erster gang eine vorher schon mehr gülle herder holen beim netz mal einer gefahren bin habe ich noch was frei gelassen aber geht es mir dann auch und machen kann ja jetzt auch wieder innen fahren weil ich weiß nicht mehr wenn man das ist mir schnell mein vorhang zu machen weil ich sieg auf meinem bildschirm gerade null weil es so bläden dann gibt es jetzt ein cup so lang ist es war ja also ich gehe da nicht wollen ob das wert ist jetzt mit dem dreiviertel fassen zum auffüllen zum fahren ach wie man rückwärtsgang klingeln und vor jetzt einfach mal in die richtung der außenkamera fahren und langsam da in der kurve bin ich beim letzten mal komplett die tankstelle eine größe aber gut so genau da fange ich wieder zu mangel machen und ich habe ego kamera gefahren und nicht schnell auf so ist es gerade kümmer schon meine herren schon aber nicht wenn man mal wieder vor allem da eine ob man schon wieder gesehen wenn der kurven ob trifft ist es regt mich gerade ein bisserl auf aber es geht was wir also junge jungen jungen so okay mal da schnell um ist ja gerade immer stoppen das wird schon nichts machen alle das mit ganzen baunen aussitzen und der war jetzt verschweigt alle ich hätte ihn ja ich sehe schon wieder weg trifft einfach mehr so und sagt so dass ich es egal muss man nicht so genau nehmen gülle kostet ja nicht so viel wer zum schock und und ich gehe jetzt erst einmal aus und ich wollte das nicht mehr so sieht man halt ich glaube da sieht man es aber gar nicht ja also recht klar angewiesen da geht es noch mehr viel um gerade so umerkennen so laris fast haben wir mal zum auffallen da wäre vielleicht ein fassel aufgefahren dann die anderen die an die andere wiesen haben wir noch mal so hofe zumindest dann sollte das eigentlich recht schnell geht aber da haben wir schon wieder nichts mehr zum labern eifert einmal sagen dann gibt es jetzt erst einmal den rest in zeit aufbauen so 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 dann habe ich jetzt mal fertig gefahren so weit also den rest habe ich noch auf camera gemacht weil da ist der akku von der drohne leer geworden und ja es hat zum regner abgefahren so recht zum wedern aber ich habe jetzt noch fertig gefahren und ja steht schon zum dach weil es regnet noch mal was so da habe ich natürlich aufgelassen so alle erbten fahren wir den da schnell eine steirer eine und dann geht's hohen für heute mit dem mist wieder da so so verlängts so alles so ein Kuppel ist schnell an Schlauch, äh Schlauch, sag ich, es ist kein Kuppellichter, aber so eine Kupplung ist auf dann... Oh, ich habe noch ein Rückpass gehandelt Fangen wir mal mit zu So 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 Alle Da ja am besten ein kleines Gewicht da war, weil ich werde jetzt dann den nächsten Tag einmal in den Forst fahren und da ist das Fragengewicht nicht so gut, dass die höchsten sind da und ich da war bei der normalen Gewinne So, da das wir bei dir noch aus der Geku Epsa Seht das mal runter So Drücke ich Zylinder ganz noch Jetzt halt ich noch Drücken wir es ganz auf, wie das Unterlenker eingeklappt hat So Und alle Epsa Motor aus Handbremsen So Das noch raus Der auf So So machen wir dir wieder zu Und Es dauert zu Und mit dem Anblick verabschiede ich mich aber auch schon wieder Das war's dann für heute Wir sehen uns dann wahrscheinlich das nächste Mal im Forst So 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 So